Mein Arbeitgeber ist die BABA Group und die BABA Group ist eine Bank, die verschiedene Marken beinhaltet, zum Beispiel die Easy Bank, die Easy Leasing, Stadtbausparkasse, Südwestbank und der Hauptfokus von der BABA Group liegt auf dem Markt in Österreich, Deutschland und auch der Schweiz. Ich bin Abteilungsleiterin im Bereich Compliance und dabei zuständig für Themen wie Geldwäscheprävention, Prävention von Terrorismusfinanzierung und die Einhaltung von Finanzsanktionen im Konzern. Ich arbeite seit September in der BABA Group als Trainee und habe in der Abteilung HR Analytics angefangen. Bei uns werden verschiedene personalbezogene Auswertungen gemacht, hauptsächlich mit SAP und Excel. Meine Position ist Filialleiter. Ich leite für die Filiale Parahilfestraße und bin dort zuständig für den Ablauf der Filiale und für die Zielerreichung. Wir befinden uns im Icon Tower, das ist am Hauptbahnhof. Das ist von der Lage sehr praktisch, weil da gibt es auch mittlerweile sehr viele Lokale und Geschäfte. Wir haben offene, große und sehr helle Büroräumlichkeiten. Wir teilen uns auch die Sitzplätze. Im Büro haben wir jeweils einen großen Schreibtisch, einen ergonomischen Schreibtischsessel. Im Homeoffice bekommen wir einen großen Bildschirm, eine Tastatur und eine Maus. Den Arbeitslaptop natürlich, den wir immer zwischen Homeoffice und Arbeitsplatz im Büro hin und her nehmen. Ich habe im Büro einen Schreibtisch, der für die internen Tätigkeiten ist, wo ich einen schönen großen Monitor habe, Laptop, Firmenhandy und einen Schreibtisch, der für Besprechung ist. Bei der Barber Group haben wir sehr viele Benefits. Einerseits bekommen wir vom Betriebsrat verschiedene Gutscheine für Restaurants, für Lebensmitteleinkäufe, aber auch in anderen Geschäften am Hauptbahnhof sind die einlösbar. Aus- und Weiterbildungen, intern und extern, aber auch Bankkonditionen für Mitarbeiter. Wir haben einen Betriebskindergarten, wir haben einen Betriebsarzt. Ein weiterer großer Benefit bei der Barber Group ist, dass jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin zwei Tage im Jahr für soziale Projekte aufwenden kann. Wenn man sieht, was für einen großen Nutzen das der Gesellschaft bringt, muss man sagen, ist es echt toll, dass die Firma sowas unterstützt. Was die Karriere angeht, steht einem im Vertrieb alles offen. Ich selbst habe als kleiner Junge vor mehr als 20 Jahren am Schalter begonnen, leite jetzt die Filialde an Marie-Hüfer-Straße. Mit genug Engagement und Einsatz ist alles möglich. Es gibt eine Vielzahl an Weiterbildungen, sowohl intern als auch extern. Es gibt zum Beispiel auch die Bank Academy, wo interne Fachexperten ein Thema näher bringen. Insbesondere beim PUNI-Programm wird ein großes Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten. Meine letzte Fortbildung zum Beispiel war ein persönlichkeitsbildender Kurs zum Thema kreative Ideenfindung und Problemlösung. Wenn ich an die Barber Group denke, denke ich an ein sehr zukunftsorientiertes Unternehmen. Wir sind sehr flexibel, passen uns Angegebenheiten an und sind somit einer der Marktführer. Für mich persönlich steht die Barber Group für sehr flache Hierarchien, Teamwork, Lösungsorientiertheit und eine schnelle Entscheidungsfindung. für mich persönlich ist es, die in der Tatil führen. Und das ist einfach, wenn wir die Korpsen wissen, Und das ist einfach, wenn Sie vielleicht zuvor sind, Und das ist einfach nicht angeklagte. Und das ist wichtig.